Seit Jahren redet dieser Österreicher davon, möglichst viele Menschen mit Migrationshintergrund aus Europa zu vertreiben. Drehmigration ist natürlich möglich, ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten mit dem Flugzeug, mit dem Zug, mit Autos. Kurz, wir haben alle logistischen Möglichkeiten, um die Illegalen, die Integrations-, Assimulationsunfähigen und Unwilligen abzuschieben. Martin Sellner, langjähriger Kopf der rechtsextremen, identitären Bewegung, stellte im November in einer Potsdamer Villa seinen konkreten Plan für Deutschland vor. Neben Sellner haben auch AfD-Politiker und Mitarbeiter teilgenommen. Das Recherchenetzwerk Korrektiv machte das konspirative Treffen öffentlich. Die Vertreibungsfantasien sorgen seit Wochen bundesweit für Demonstrationen. Doch was Sellner dort ausführte, bekräftigt er auch im Nachhinein. Geht es nach dem Österreicher, sollen drei Gruppen aus Deutschland herausgedrängt werden. Asylbewerber, Nicht-Staatsbürger und sogenannte nicht-assimilierte Staatsbürger. Für die dritte Gruppe, Menschen mit deutschem Pass, schweben Sellner hoher Anpassungsdruck und maßgeschneiderte Gesetze vor, um sie zur Ausreise zu drängen. Schon länger versucht Sellner, das Wort Remigration zum Kampfbegriff zu machen. Re! Re! Remigration! Re! Remigration! Der Rechtsextremismus-Experte David Begrich erkennt darin eine perfide Umdeutung. Sich einen Begriff zu nehmen, der eigentlich für das Gegenteil steht, nämlich für die Rückkehr vom Nationalsozialismus verfolgten Menschen, die in die USA, in andere europäische Staaten gegangen sind und zwischen 1945 und Mitte der 50er Jahre zurückgekommen, also remigriert sind. Aber das, was Sellner entwirft, ist etwas anderes, ist ein Vertreibungsprogramm, ist nicht eine Rückkehr, sondern das Umgekehrte, eine Ausweisung. Was Sellner will, ist auch seit Jahren Thema von Björn Höcke. 2015 verbrämte der Thüringer AfD-Chef seinen Rassismus als pseudowissenschaftliche Theorie. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Diese Erkenntnis, die ruft nach einer grundsätzlichen Neuausrichtung der Asyl- und Einwanderungspolitik Deutschlands und Europas, liebe Freunde. 2018 in einem Interviewband macht Höcke dann deutlich, was daraus politisch folgen soll. Zitat. Wird ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein und bei dem wird man, so fürchte ich, nicht um eine Politik der wohltemperierten Grausamkeit herumkommen. Das heißt, dass sich menschliche Härten und unschöne Szenen nicht immer vermeiden lassen werden. Höcke und Sellner bilden ein ideologisches Trio mit Götz Kubitschek, der in Sachsen-Anhalt das Institut für Staatspolitik betreibt. Ein rechtsextremes Schulungszentrum, in dem auch Höcke und Sellner auftreten. Kubitschek gilt als Vertrauter von Höcke. Und ist seit Jahren ein Förderer von Martin Sellner, der auch in Kubitscheks Verlag publiziert. Doch wer ist Martin Sellner? Als Jugendlicher gedenkt Sellner eines Leutnants der Wehrmacht und radikalisiert sich im Umfeld des verurteilten Holocaust-Leugners Gottfried Küssl, lange Zeit die zentrale Figur der österreichischen Neonazi-Szene. Später tritt Sellner als Leiter der Identitären Bewegung Österreich auf, inszeniert sich für die neue Rechte als Sunnyboy, hier bei Pegida in Dresden. Zum Vortrag in der Potsdamer Villa kam auch Ulrich Siegmund, Sachsen-Anhalts-Kofraktionschef der AfD. Er, das berichtet korrektiv, soll sich in Potsdam so geäußert haben. Zitat Auf Exaktanfrage schreibt Siegmund, er habe sich in Potsdam nur zu Wettbüros und Shisha-Bars geäußert. Sein Co-Vorsitzender Oliver Kirchner glaubt ihm, sagt aber auch Ich möchte nicht, dass es hier aussieht wie in Kabul und ich möchte auch keine Zustände haben wie in Kabul. Ich bin selbst Magdeburger, wenn ich Ihnen sage, dass ich in den letzten 5, 6 Jahren hier ein Straßenbild erlebe, wo ich mich also wirklich nicht mehr mit identifizieren kann, mit arabischen Schriftzeichen, wo ich nicht weiß, was wird da gehandelt, was wird da gemacht. Das sind die Sachen, die ich damit meine und die würde ich gerne wieder zurückdrehen. Obwohl die AfD einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Identitären Bewegung hat, sieht Ulrich Siegmund in Sellner offenbar einen Partner. Tatsächlich gibt es schon länger enge Verbindungen zwischen AfD und Identitären. Zum Beispiel Robert Teske. Hier bei einer Demonstration der Identitären. Inzwischen ist der Büroleiter von Björn Höcke. Und dann ist da noch Mario Müller, Identitärer und Mitarbeiter eines Magdeburger AfD-Bundestagsabgeordneten. Auch er war in Potsdam dabei, hielt einen Vortrag. Laut Korrektiv brüstete Müller sich darin, einem deutschen Linksextremisten polnische Neonazis auf den Hals gehetzt zu haben. Auf Exakt-Nachfrage bestreitet er das. Mario Müller kommt aus der norddeutschen Neonazi-Szene, ist mehrfach wegen Gewalttaten verurteilt. Später dockt Müller bei der Identitären Bewegung an. 2017 greift er in Halle zwei Zivilpolizisten an, weil er sie für Linke hält. Und erhält deswegen eine Bewährungsstrafe. Nach der Korrektivveröffentlichung bestreitet die AfD, deutsche Staatsbürger aus dem Land drängen zu wollen. Die ostdeutschen AfD-Fraktionsvorsitzenden gehen allerdings mit einer gemeinsamen Erklärung auf Sellner-Kurs. Motto, Deutschland muss wieder deutscher werden. Und wollen mit der sogenannten Remigration Wählerstimmen sammeln. Neben Massenabschiebungen sollen vermeintlich oder tatsächlich nicht integrierte Ausländer durch Druck und Anreize zum Verlassen der Bundesrepublik gebracht werden. Wir fragen nach, was das konkret heißen soll. Sachsen-Anhalts Fraktionschef Oliver Kirchner ist mit einer Moldawierin verheiratet. Deutsche mit Migrationshintergrund will er nicht aus dem Land vertreiben. Nein, auf die bezieht sich das natürlich nicht. Ich kann ja keinen Deutschen abschieben. Wo soll ich den hinschieben? Das ist ja Unfug. Man sollte uns doch nicht so dumm einschätzen, dass wir jetzt praktisch ein Gesetz auf Ebene bringen wollen, wo ich meine eigene Frau abschiebe. Die ist ja integriert, die ist jetzt deutsch geworden und dann ist das auch in Ordnung. Kirchner stört sich auch nicht an der doppelten Staatsbürgerschaft. Anders als sein Thüringer Parteikollege Björn Höcke. Der sieht, wie er exakt mitteilt, im Doppelpass eine Gefahr, weil der Rechtsstaat auf ungeteilter Loyalität fuße. Die Menschen werden sich dann tatsächlich entscheiden müssen. Und so wie ich gerade die türkische Community in Deutschland kenne, werden sich viele für die türkische Staatsangehörigkeit entscheiden. Davon bin ich überzeugt. Ja, deswegen ist diese Doppelstaatsbürgerschaft, so blöd sich das jetzt anhört, eine gewisse Chance, auch einen Großteil derer auch wieder zu animieren ins Heimatland zurückzugehen. Er will im Herbst Ministerpräsident von Thüringen werden. Gemeinsam mit den anderen Ostfraktionschefs kündigt er an, das sogenannte Remigrationsprojekt, Zitat. Wird Jahrzehnte brauchen, das wissen wir. Aber wir werden beginnen, sobald wir in Regierungsverantwortung stehen. Jörg Urban leitet die sächsische AfD-Fraktion. Auch er will im Herbst Regierungschef werden. Wir fragen ihn, warum das ganze Jahrzehnte dauern soll. Wir haben zurzeit mehrere Millionen Menschen, die illegal eingewandert sind. Von denen sind, glaube ich, 300.000 ungefähr gerichtsfest ausreisepflichtig. Nicht alleine die außer Landes zu schaffen, das wird ja oftmals nicht freiwillig gehen. Das ist ja genau das Problem, was von allen mittlerweile diskutiert wird, wird es sehr lange dauern. Und auch die Gerichtsverfahren zum Asylrecht der anderen Millionen, die ja noch im Verfahren sind, wo wir noch gar nicht wissen, wie es ausgeht, wird sich natürlich über einen sehr langen Zeitraum strecken. Millionen Menschen in laufenden Asylverfahren. Tatsächlich geht es deutschlandweit aktuell um rund 360.000 Menschen. Bei zwei Dritteln läuft das Asylverfahren noch, ein Drittel klagt gegen die Ablehnung. Zahlen weit entfernt von den Millionen, von denen der AfD-Mann spricht. Ausländer als Gruppe zum Problem und dieses dann groß machen. Damit geht die AfD mithilfe anderer Rechtsextremer in den Landtagswahlkampf. Untertitelung des ZDF, 2020